Hier ist der Albert und da unten ist der Markus, der sich da versteckt. Hey Kaminski, nicht wahr? Der holt jetzt gerade einen. Martin, packen wir unseren verlängerten aus. Und dann singen wir ein bisschen zu Gerber. Ach, hallo. Wir waren eh einer zu viel hier, Albert, weißt du? Er war zu viert schon, oder? Ja, wir wollten noch mal die Untersichtung machen. Martin, was hat er denn jetzt gemacht, die ganze Zeit, wo ich weg war? Nix? Nee. Okay, gut. Also Untersicht hat er fertig gemacht. Ja, aber die war ja fast fertig, wo ich weg bin. Dann hat er gesagt, ja, die mach ich nochmal. Ach, okay. Okay. Aha, mit einer XXXL-Verlängerung irgendwie. Das ist Bombe, gell? Hat der Markus hier unten. Ich hab's gebaut. Ich hab's einfach mal schön zusammengebastelt. Man muss sich nur zu Helden wixen. Da ist er. Da ist er. Der Krabbelkönig. Das ist der Monat. Was gelacht, Jürgen? So, hier wär ich nass, oder? Ich bin schon was an lieb. Na, na, da ist zu galt. Mama, schlapp. Ich hoffe, man hört das hier. Von so weit weg, weißt? Das letzte. Ja, Mann. Meine letzte Fensterbank heute. Da kann ich zum Mittag die Untersichtsvorderung machen. Albert, kannst du das wiederholen? Das missgeburtartige Gespräch? Was macht denn der? Jetzt gehen wir in alle Poren hinein. Boys and girls auf der. Boys and girls? Boys and girls? Soll ich weiterfilmen? Soll ich weitermachen? Ja. Wenn ihr noch was geiles einfällt? Eigentlich nichts. Sprachsthema, wenn ihr noch was einfällt. Sprachsthema, du hast 6.30. Guck dir das lange Teil mal an hier. Also von der Fassade ist es so weit weg hier. So, bam. Und jetzt tauchen wir wieder ein. So, wir arbeiten gerade bei Hannibal. Hier, das ist bestimmt getrocknete Blues. Schaut sich das auch nicht. Das ist ja furchterregend. Jungs. Und die Nachbarn vor allem. Das war's. Bis zum nächsten Video. Ciao.